Hallo ihr Lieben und heute kurios bist du aus der Werkstatt. Wir haben hier einen Skoda Rapid. Früher sahen die auch mal anders aus. Skoda Rapid kann ich mich wieder erinnern. Das waren so richtige Rubbelskisten. Auf jeden Fall, der Wagen ist von der Firma TH Kramer. Von dem haben wir recht viele Fahrzeuge bei uns in der Werkstatt, um die wir uns alle kümmern. Egal was es ist, wir kümmern uns drum. Wir haben den Wagen zu uns gebracht, der ist doch relativ neu der Wagen und der hat Wassereintritt. Vorne rechts im Fußraum stand so hoch das Wasser, also über dem Teppich stand so hoch das Wasser. Man könnte so richtig mal reinspringen und platschplatsch, als wenn man in eine Pfütze reinsprang. Da haben wir gedacht, oh oh oh, da ist irgendetwas undicht, Windschutzscheibe. Da haben wir ja öfters mal, dass hier die Windschutzscheibe irgendwie undicht ist, dass das Wasser reinläuft. Oder vorne die Abläufe nicht in Ordnung sind, vom Windfang oben, dass da jede Menge Wasser reinläuft, raufsteigt und über die Heizung ins Auto läuft. Wir haben also erstmal den Sitz ausgebaut, den Teppich ausgebaut. Die ganze Mittelkonsole hier, das hatten wir alles komplett raus. Alles ausgebaut, haben dann alles trockengelegt. Haben erstmal zwei Tage gebraucht, bis das alles trocken war. Heizung rein und und und. So und dann sind wir hingegangen und haben den Wagen mit Wasser draußen abgespritzt. Alles, ich weiß nicht, bestimmt eine Stunde lang gespritzt, gespritzt, gespritzt. Einer lag drin, halb geguckt, kein Wassereintritt. Hä, wie geht denn das? Irgendwie muss das Wasser ja da reinkommen. Dann haben wir festgestellt, dass das Wasser, was wir da rausgeholt haben, total sauber war. Das sah aus wie destilliertes Wasser. Wo kann das herkommen? Eigentlich nur von der Klimaanlage. Hab ich da drüben mal so ein Modell, könnt ihr euch mal angucken. Klimaanlage. Hier vorne ist der Verdampfer. Dieser Verdampfer wird ja relativ kalt durch die Luft, die durch den Verdampfer durchgebracht wird. Und was passiert, wenn etwas kalt ist und es kommt Luft dadurch, wie meine Atemluft? Kondens. Ganz viel Kondens. Und das ist so extrem. So extrem ist das. So extrem, dass es abtropft, dieses Kondenswasser, sammelt sich hier unten in diesem Auffangbehälter und tropft dann hier über diesen Anschluss vorne im Motorraum ab. So ein Ding, das sieht wirklich so ähnlich aus wie im Fahrzeug. Das ist der komplette Heizungskasten mit Verdampfer. Hier unten ist der Wärmetauscher von der Heizung und mit sämtlicher Verstellung, mit pneumatischer Verstellung. Aber dieses Kondenswasser scheint also, haben wir gedacht, nicht abzufließen. Haben wir gedacht, dass dieser Stopp, dass dieser Anschluss vielleicht zu ist, das Wasser hier hochsteigt und dann irgendwie in den Innenraum läuft. Aber warum dann nur rechts? Okay, wir haben uns auf jeden Fall die Suche gemacht und was wir dann gefunden haben, will ich jetzt mal zeigen. Eigentlich heißt dieser Beitrag nicht, wie finde ich ein Wasserloch oder wie finde ich Kondenswasser, was eintritt, sondern der heißt, wie ist die Kommunikation in einer Werkstatt? Kennt jeder, auch zu Hause, man sagt dem einen was, der nächste, der nächste, man sagt seiner Frau was, die hat das ganz anders aufgefasst. Wie ist die Kommunikation in der Werkstatt? Wie werden die Worte weitergegeben? Was hat der Annahmemeister überhaupt verstanden? Und das vierte ist, wenn ein Mechatroniker im Physikunterricht alles um Kondenswasser geht, leider krank war oder geschwänzt hat. Auf jeden Fall nicht da war. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Der Wagen läuft jetzt schon im Moment. Wir heben den jetzt mal rauf. Wir heben den jetzt mal rauf und dann kann man von unten gucken, wie das Kondenswasser dann dort aus diesem Behälter langsam abtropft. Das tropft hier überall raus. Hier an den Stellen, das wird einfach abgeleitet, an der Spritzwand lang. Und hier ist alles. Wir haben den Wagen mal gerade ein paar Minuten laufen lassen. Und das Kondenswasser läuft natürlich hier irgendwo ab, an der Spritzwand runter. Läuft es ab, tropft hier raus, tropft hier raus. Das ist auch ganz normal. Aber, boah, ist das laut hier. Es ist so laut. Höllisch laut hier. Also das Kondenswasser, nochmal, das ist aber schweine laut gewesen da oben. Das Kondenswasser kommt aus diesem Anschluss raus, wie ihr das vorhin da drüben gesehen habt. Und dieses, ich hole das nochmal ran, vielleicht kann man das dann noch besser verstehen. Also dieser Heizungskasten sitzt so in Fahrtrichtung da oben drin. Und hier ist im Prinzip nur so ein kleiner Schlauch drauf. Hier ist die Spritzwand. Und dieser Schlauch kommt hier raus. Und diesen Nippel, den ihr gerade gesehen habt, da tropft das ab. Aber tropft natürlich auch auf die Spritzwand und läuft irgendwo dann unten rechts und links ab. Und wenn man die Menge sieht, ist schon der Hammer. Das kann man schön auffangen und zusätzliches Bügeleisen brauchen, weil da relativ wenig Kalk drin ist. Genau. So, jetzt kommt nochmal folgendes Problem. Was wir relativ schnell gefunden haben, dass uns klar war, okay, es geht hier nicht um Regenwasser, weil Regenwasser wird dreckiger. Regenwasser wird auch anfangen zu riechen. Da muss irgendwas an dem Heizungskasten sein. Wir haben dann nochmal weiter auseinandergebaut und kamen dann zu dem Punkt, oh oh, da ist das Problem. Und zwar, kommt ihr mal mit. Hier vorne haben wir den Teppich schon ein bisschen gelöst. Warte mal, guck doch mal da unten rein. Ich gehe mal auf die andere Seite. So, und wenn ich das angucke, da unten tropft es massiv rein. Hier, das ist ein Blech, was davor sitzt. Und da ist irgendwas an dem Blech und ich. So, und wenn man sieht, wie viel Wasser da draußen raustropft. Guck dir an, die Menge, wie das da abtropft. So, daraufhin. Und jetzt fängt die Geschichte eigentlich erst richtig an, interessant zu werden. Wir haben dann den Wagen genommen, haben dann das ganze Armaturrum mit. Also hier vorne muss alles komplett ausgebaut werden. Das ist eine Arbeit, ich schätze mal so von sechs bis sieben Stunden. Dann muss der Heizungskasten abgedichtet werden. Haben die Firma angerufen bei der Firma Thea Kramer, haben gesagt, so und so, das muss alles raus. Dann sagten die, nee, nee, Herr Pasch, wir haben da noch Garantie drauf. Und ich, wie? Garantie? Ja. Der Wagen ist innerhalb der 24 Monaten. Und ich, uh, da haben sie aber Glück gehabt, super. Dann brauchen sie diese ganze Arbeit nicht zu bezahlen. Und dann sagte der Herr von der Firma Thea Kramer, okay, wir bringen den zu unserem Händler. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, bringt den nicht dahin. Ich habe eine Empfehlung, bringt den lieber zu dem Händler, das sind kleinere Händler. Das sind richtig gute Fachleute, die kenne ich auch gut, mit denen kann ich viel unterhalten. Okay, da haben wir gesagt, ich kümmere mich drum. Ich dann bei der Werkstatt angerufen, wir haben den kompletten Wagen. Also, ihr müsst euch vorstellen, alles war raus. Sollen wir das so lassen? Ihr könnt es dann direkt sehen, da ist unten ein Kondenswasser, tropft da rein und, und, und. Also kein Regenwasser, Kondenswasser. Nein, ihr müsst ihn zusammenbauen. Ich sage, ey, warum? Wir bauen wieder alles zusammen. Ihr baut wieder alles auseinander. Was soll das? Ja, habe ich eine Garantie und dann ist es gut. So, und jetzt Werbung. Holt euch Bucanto. Mit Bucanto brauchst du kein Fachkundebuch mehr. Du kannst alles am Computer, Handy oder Tablet simulieren. Das Lernen ist viel einfacher und leichter verständlich. Bucanto ist morgendlich kündbar. Bucanto kostet für Azubis 9,90 Euro und für Lehrer und Ausbilder 15,90 Euro im Monat. Also, probiere es aus. Wir können es nur empfehlen. Unsere Azubis arbeiten schon mit Bucanto. Wir können das nur empfehlen. Und die haben auch richtig Bock daran. Also, schaut es euch an. Und wir zwei machen mal weiter. Okay, wir haben wieder alles zusammengebaut. Komplett zusammengebaut. Haben den Wagen dann dorthin gebracht. Ich dann nochmal telefonisch mit ihm besprochen. Achtung. Es ist kein Regenwasser. Es ist Kondenswasser, was austritt. Ja, okay, alles klar. Machen wir. Das war Donnerstags. Montags habe ich angerufen bei der Firma und habe gesagt, und, habe sowas gefunden. Ja, nee, der Meister, der das gemacht hat, der ist jetzt im Urlaub. Sag ich, oh gut, dann gib mir mal den neuen Annamnameister, der dafür zuständig ist, damit ich ihm das auch nochmal erkläre. Er, ans Telefon, ich sag, hat der Meister Ihnen das alles erzählt, was ich gesagt habe? Nein, ich weiß von nichts. Da kommt nur Wasser rein. Ich sag, boah, kann doch nicht sein. Also, nochmal, es ist kein Regenwasser. Es ist ganz klar Kondenswasser aus der Klimaanlage, aus dem Wärmekasten, tropft es in den Innenraum rein. Wir haben da bestimmt, also, ich schätze mal, sieben bis zehn Liter rausgeholt. Also, guckt danach. Ja, okay. Okay, eine Woche später, das war jetzt vor zehn Tagen, eine Woche später, ruft er an, es ist nicht zu finden. Wir haben da stundenlang Wasser drauf getan von außen. Ich sag, Entschuldigung, Kommunikation, ich habe auch ganz klar gesagt, das ist kein Regenwasser, das ist Kondenswasser. Kondenswasser in der Menge kann nicht sein, dass da reingeht. Doch, es ist Kondenswasser. Okay, dann gucken wir nochmal nach. Also, ihr müsst den Teppich rausnehmen, da ist so ein schwarzes Blech, wie ihr ja auch gerade gesehen habt. Da tropft das Wasser ab. Okay, alles, dann machen wir. Wieder vier Tage später, Folge, Woche Donnerstag, ruft mich der Meister an und sagt, da ist nichts. Das kann doch nicht sein. Ich sage, habt ihr den Teppich rausgenommen? Ja, ja, haben wir gemacht. Einen Moment, ich frage nochmal nach. Ist mit mir in die Werkstatt? Dann war dann der Mechatroniker da oder der Karosseriebauer, ich weiß nicht, wer es genau war. Hat, haben wir dann gehört. Hast du den Teppich rausgenommen? Ja, ja, habe ich gemacht. Ja, da muss und nein, nein, das Auto ist total trocken, da ist überhaupt gar kein Problem. Ich sage, bin ich denn blöd? Ist das so? Ja, es ist kein Wasser drin. Das gibt es doch nicht. Ich zog mit meinem Händler hin, den Wagen hier hingebracht und so steht er jetzt hier. Ich denke, das gibt es gar nicht. Wie kann man denn das, bei uns tropft es hier rein. Und da ist mir eins aufgefallen. Auf der Fahrt hier hin, das müsst ihr euch mal anschauen. Robert, du gehst am besten mal von der anderen Seite. Dann kann man das besser sehen. Lass den Wagen jetzt nochmal laufen. Auf der Fahrt hier hin ist mir aufgefallen, dass Umluft an war. Habe ich denn Umluft? Ja, ist der denn voll dämlich? Und das ist die Situation, wenn man nicht in Physik aufpasst. Wo kommt denn Kondensier? Wenn ich jetzt auf Umluft stelle, saugt er sich ja die Luft hier aus dem Innenraum wieder rein. Und hier innen drin ist die Luft total trocken. Und kann man auch sehen, wenn wir jetzt hier, lass jetzt mal eine ganze Zeit lang mit diesem Umluft laufen. Jetzt machen wir es hier unten mal eben ein bisschen trocken. So. Naja, wir warten jetzt. Jetzt tropft noch was ab, weil das jetzt noch der Rest ist. Wir warten jetzt gleich mal ab. Mal zwei, drei Minuten. Und dann werdet ihr sehen, ob da unten noch was rauskommt. Warten. Zwei Minuten. Zwei Minuten sind rum. Das Ding ist immer noch auf Umluft. Könnt ihr sehen, ne? Umluft ist an. AC ist an. So. So. Da ist nichts mehr. Knochentrocken. Könnt ihr ganz da sehen. Zwei Minuten später schon. Hört es eben auf. Es ist ja klar. Wir können aber erst noch mal außen schauen, ob es unten noch raustropft. So. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Trommel, kannst du da runter? Genau. Guck mal da rein. Na, nichts. Da tropft noch ab und zu mal. Nicht wie vorher, was hier an Flüssigkeit alles rausgelaufen ist. Ein Tröpfchen. Für zehn Sekunden. So. Ist doch klar. Und ist doch logisch. Die Luft wird abgetrocknet. Innen drin kommt trockene Luft rein. Jetzt sauge ich immer Umluft. Immer Umluft. Und die Umluft ist ja schon trocken. Weiß jeder. Im Winter benutzt man eine Klimaanlage, um den Innenraum zu trocknen, um die Frontscheibe schneller trocken zu kriegen. Verstehe ich nicht. War ja sehr wahrscheinlich im Physikunterricht nicht da. Aber jedem kann das passieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Problem ist nur, wie kommuniziert man es richtig? Wie arbeitet man mit den Mitarbeitern zusammen? Und wie viel Mühe gibt man sich, für so einen Fehler zu finden? Der Wagen ist jetzt drei Wochen bei uns. Wir bringen den jetzt gleich. Ich bringe den zu dem Händler. Der guckt sich den an. Dann werde ich mit dem Chef sprechen. Dann werde ich mit dem Meiser sprechen. Dann werde ich mit dem Gesellen sprechen. Ich werde davon gleich nochmal ein Video machen, falls Sie mir das nicht glauben. bin, aber ich kann es Ihnen ja definitiv zeigen. Jetzt ist der Wagen drei Wochen weg. Die vierte Woche kommt jetzt dazu. Vier Wochen ist das Auto unterwegs und weg. Und die Firma braucht das Fahrzeug. Wegen schlampiger Kommunikation und nicht aufpassen, um die Physik nicht zu verstehen. Gut. Bei unserer Firma passieren auch Abenteuerfehler. Aber bei so einem Fall ist es doch klar, dass es uns als Autodoktorin gibt, sowas relativ einfach zu diagnostizieren. Und manchmal hängt es an gewissen Punkten. Aber gut. Ja, das war es dann für mich heute wieder mit dem schönen, leckeren Wasser im Auto. Wenn euch das gefällt, dann drückt einfach hier oben drauf, abonniert es. Dann wissen wir, okay, es gefällt euch. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 兩個 ausser. Oder.